Jetzt haben wir Hunger, fertig. Und auf der Bahn 8, Tobias Martini vom TVL. Liste aufnehmen wir jetzt. Liste aufnehmen wir. Roy Schmidt. Der verquatscht jeden Film. Roy Schmidt kommt jetzt. Aber das Schärfste ist ja, dass die Smartphone woanders hinfährt und Roy Schmidt übermorgen und Roy Schmidt zu euch mitkommt. Also sein bester Freund wegen seiner Mieze lässt er seinen besten Freund alleine. Fährt in Berlin eine Mieze? Nein, will ich nicht. Aber Marco, wegen seiner Mieze lässt er seinen besten Freund alleine. Marco, das macht man nicht. Dafür steht auch wieder Easter bei mir. Oh, komm, ab geht's.